hallo herzlich willkommen freunde gepflegten bierverkostung heute haben wir mal einen wahren klassiker quasi hier bei uns in der verkostung und zwar den typischen ja ich sag mal typisch österreichischen radler nämlich den alm radler sprich bier gemischt mit alm doodler für all diejenigen die vielleicht noch nie wussten abend oder gehört haben wie sehr unwahrscheinlich aber was weiß man schon arm doodler ist eine kräuter limonade und ja wer eben bei uns in der gegend einfach nur einen radler bestellt der erhält ihn meistens mit alm doodler gemischt ansonsten ist auch möglich mit sprite ich finde es irgendwie interessant dass nicht genauer spezifiziert wird welches bier quasi vermischt wird also wir hatten ja zum beispiel schon diverse radler hier wie zum beispiel von murauer das preisel und bier zum beispiel da wurde ja quasi klar ja das ist murauer mit preiselber limonade hier ist es zumindest nicht direkt ersichtlich denn ja alm doodler macht natürlich so an und für sich selbst kein bier aber das soll uns in dem fall nicht aufhalten muss sagen ich erwarte mir jetzt von dem bier hier in den klassischen radler geschmack wie eben wenn ich jetzt zum lokal um die ecke gehe und sagt er gibt mir einen radler so hoffe ich dass das schmeckt ich habe noch nie das fertig abgemischte alm radler bier hier probiert deshalb naja ist es ja zumindest irgendwie was interessantes für das ding brauche ich keinen flaschenöffner das ding kann ich einfach so ganz einfach per hand aufdrehen ich würde sagen wir schütten es erst mal ins glas ich würde mal sagen sieht ganz gut aus hat eine schöne schaumkrone das passt schon soweit ich sag dann einfach mal an der stelle post post schmeckt im prinzip wirklich genauso wie im lokal um die ecke es hat gerne wird eine biernote das bier ist relativ würzig eigentlich obwohl es durch den albentudler geschmack natürlich übertüncht wird immerhin sind ja 60 prozent albentudler unter 40 prozent bier drin gibt ja verschiedene herangehensweisen und das hier ist eben quasi der albentudler anteil höher hat natürlich auch einen vorteil die flasche hier hat nur zwei prozent alkohol denn naja ist eben größtenteils gestreckt fun fact ich habe mal nachgeschaut ob radler auch keine bezeichnung ist die quasi nur bei uns im raum gültigkeit besitzt gibt ja des öfteren begriffe die man zum beispiel hier bei uns in der gegend verwendet die aber dann zum beispiel in deutschland oder schweiz kein mensch kennt nein radler ist tatsächlich international finde ich ganz interessant naja es schmeckt schon ein bisschen anders wie im lokal um die ecke muss ich zugeben nach ein paar schlucken aber ich glaube das liegt in erster linie daran dass im lokal wo ich meistens einkehre sage ich jetzt mal da wird eben teilweise anders gemischt also die wissen zum beispiel wie ich trinke gern 50 50 gemischt das verändert den geschmack natürlich ein bisschen aber man erkennt hier definitiv dass das ein sehr sehr erfrischender radler ist es ist eben albentudler passt eben ziemlich gut zu einem bier das ja doch man merkt so eine gewisse herbe so eine leichte würzigkeit aber diese diese süße und diese dieser kräuter geschmack vom albentudler das ergänzt sich sehr sehr gut das bier das hier rein gemischt wurde ist auch wie gesagt es ist etwas herber aber es sticht jetzt nicht zu sehr heraus aber es ist gerade so gemischt dass man merkt okay da ist wirklich bier drin das ist ein radler man merkt da wirklich da ist vernünftiges bier drin und man merkt auch den klassischen albentudler geschmack quasi raus finde ich eine sehr sehr erfrischende mischung gerade für den sommer immer empfehlenswert oder wenn man jetzt keine gerade mal keine lust auf ein bier an sich hat kommt bei mir eher selten vor aber doch es gibt solche tage dann ist das hier definitiv eine variante wenn ich gerade zum beispiel keine lust habe ein bier eben mit albentudler bei hand zu mischen so wie ich es gern hätte das ist eine variante die ich durchaus akzeptieren würde gesagt ich hab's lieber etwas mehr bier etwas weniger limonade dass man doch ein bisschen mehr vom bier geschmack hat aber es ist ja definitiv vom mischungsverhältnis ja trotzdem okay es nimmt nichts überhand voneinander hat auch nicht das gefühl dass das schmeckt irgendwie ja keine ahnung extrem gestreckt oder sowas oder extrem verwässert wenn man was selber zusammen mischt kann man es den eigenen vorlieben anpassen bei fertig gemischten sachen oder fertig gerichten das ist das ist halt einfach nicht vergleichbar wenn ich mir jetzt keine ahnung irgendein tiefkühl fertig chef koch menü einfach nur auf dem herd warm mache so eine gemüsepfanne oder ob ich das gemüse selber schneiden und anbraten das sind zwei komplett unterschiedliche sachen ungefähr so hatte ich vermutet dass es hier auch ist aber es ist okay kann man trinken hat keinen extrem künstlichen beigeschmack also dass sie da irgendwas noch reingemischt hätten einfach eine rundum gelungene mischung wie ich finde und für diejenigen die das zeug auch probieren wollen definitiv als radler jederzeit eine empfehlung von mir und in diesem sinne bis zum nächsten video tschüss arrivederci und gut